Einen wunderschönen guten Tag meine lieben Trashies, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash News. Heute wird es richtig interessant, denn wir sprechen über prominent getrennt und über ein neues Drama, welches Kim wohl anführt. Denn wie es aussieht, haben Mike und Layla, das Turteltäubchen-Pärchen, einen Job bei prominent getrennt bekommen, nur dank ihr. Und das passt Kim gar nicht. Da gucken wir mal rein, das ist eine sehr interessante Schlagzeile. Und wir gucken uns natürlich noch mal ein paar Informationen zu prominent getrennt an. Denn die dritte Staffel soll wohl jetzt am 3. April, also quasi schon nächste Woche, auf RTL Plus starten. Und ich werde natürlich euch darüber, so gut es geht, informieren, meine Lieben. Wenn ihr jetzt sagt mir ein ständig, vielen herzlichen Dank, wir wollen nichts von prominent getrennt verpassen, dann fühle ich mich herzlich eingeladen, dich dieser mittelgroßen Trash-Familie anzuschließen, meine Lieben. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Ein wichtiger Hinweis in eigener Sache. Jetzt am Freitag, nicht am Samstag, bin ich live hier auf YouTube um 19 Uhr mit einem extra prominent getrennt Livestream, wo wir genau über auch die einzelnen Pärchen nochmal sprechen, über die verschiedenen Abläufe und natürlich nochmal zusätzliche Informationen, die ich bis dahin zusammengetragen habe. Zuerst gucken wir in eine Schlagzeile heute rein, wo ich euch nochmal ein kurzes Konzept der Sendung vorstelle. Gar nicht jetzt groß in Länge gezogen, weil wir das schon mal hatten vor einiger Zeit. Und dann gehe ich mit euch in den zweiten Artikel, in dem es darum geht, dass Kim sich richtig geärgert hat. Wir gucken mal rein. Und zwar habt hier weekend.at ein Artikel geschrieben, wo es nochmal um das Allgemeine zu prominent getrennt geht. Zitat, in einer Welt, in der die Vergangenheit oft am besten in Erinnerung bewahrt wird, bricht die neue Reality-Show prominent getrennt die Villa der Verflossenen alle Regeln. Acht prominente Ex-Paare waren in einer Villa in Südafrika. Dort haben sie nicht nur die Chance für sämtliche Aussprachen, sondern auch ihr einziges Teamwork bei verschiedenen Challenges zu beweisen. Zitat Ende. Also darum geht es. Getrennte Pärchen werden zusammen in eine Villa in Afrika gesteckt und müssen dort gemeinsam ihre Probleme in der Öffentlichkeit besprechen und natürlich auch in verschiedenen Gruppenspielen und Einzelspiele antreten, um denn dann quasi das ganze Ding zu gewinnen. Zitat, alte Flammen, neue Funken. Fernab vom Alltagsstress und den neugierigen Blicken der Paparazzi müssen die Ex-Paare beweisen, dass alte Liebe nicht rostet oder zumindestens, dass man alten Gräu für einen guten Zweck beiseite legen kann. 100.000 Euro stehen auf dem Spiel und um diese Summe zu gewinnen, ist Teamwork gefragt, aber kann man seinen Ex wirklich vertrauen? Gruppenspiele und tiefe Gespräche. Es geht nicht nur um körperliche Herausforderungen und Wettkämpfe. Prominent getrennt fordert vor den Teilnehmern mehr als zu strategisches Geschick. In Gruppenspielen, in intimen Momenten der Zweisamkeit, bietet die Show den Ex-Paaren die Möglichkeit, offene Rechnungen zu begleichen, Missverstände auszuräumen und vielleicht ganz vielleicht die Flamme der Liebe neu zu entfachen oder für immer zu löschen. Zitat Ende. Also darum geht es. Ich denke mal, das dürfte viele interessant sein. Diese Show lebt natürlich auch mit den Teilnehmern, die hier schon in der Vergangenheit ein bisschen aufgefallen sind. Zum Beispiel Nico Legert, letztes Jahr seine Freundin Sarah Liebig, im TV betrogen bei Temptation Island zum Beispiel, aber auch Kim Virginia ist mit dabei, die ja schon im Dschungelcamp gezeigt hat, dass sie sehr wohl auch, sagen wir mal, ein bisschen auf Krawall aus sein könnte. Das mag schon sein. Ansonsten hier der letzte Punkt. Spiel mit offenem Ende. Jede Woche müssen die Promis nicht nur gegeneinander, sondern auch gegen ihre eigenen Emotionen und ihre Vergangenheit kämpfen, denn am Ende kann nur ein Ex-Party-Show gewinnen. Zitat Ende. Das ist ein Format, welches tatsächlich sehr heiß erwartet wird. Nicht nur von den Teilnehmern, nicht nur von den Zuschauern. Auch glaube ich, für uns Creator könnte diese Staffel sehr interessant sein, denn natürlich auch für uns ist das immer eine Herausforderung, in diese Beziehungen einzutauchen und diese so gut es geht zu analysieren. Denn selbstverständlich sind wir natürlich auch, denke ich mal, die meisten keine Experten. Ich zumindest bin kein Experte, aber ich glaube, das könnte schon sehr, sehr spannend werden. Jetzt ist es tatsächlich aber so, dass sich schon jetzt Probleme um prominent getrennt zusammenraufen, denn Kim Virginia hat hier ordentlich für Trubel gesorgt. Es gab gestern einen Wunder-Vibe-Artikel, den ich aber ganz interessant finde, denn der hat eine Information, die mir völlig unbekannt war und das könnte euch vielleicht sogar ein bisschen freuen, denn Mike und Layla sollen wohl auch bei prominent getrennt eine Rolle spielen und das aber ganz anders als gedacht. Und da habe ich nämlich den Artikel für euch. Kim Virginia, Mike Heiter und Layla, das Drama geht weiter. Neue Runde, neuer Ärger. Diese Mike-Heiter-Layla-Aktion passt Kim gar nicht in den Kram. Darum geht es und zwar heiter geht es weiter. Auch Monate nach Ich bin ein Star holt mich hier raus, sockt das Krawall-Trio Mike Heiter, Layla und Kim für Stunk. Ein abgekatertes Spiel, prominent getrennt Deal von Mike und Layla stößt Kim sauer auf. Im Dschungelcamp waren sie noch Buddies, jetzt schweben sie auf Wolke 7. Seit einigen Wochen sind Mike und Layla ein Paar und versorgen ihre Fans beinahe täglich mit süßen Turtel-Täubchen-Schnappschüssen, Kochvideos und niedlichen Knutschbildern. Und nicht nur das, auch einen TV-Deal scheinen die zwei bereits gemeinsam an Land gezogen zu haben. Zitat Ende. Also darum geht es. Mike und Layla haben einen TV-Deal, welcher wohl mit prominent getrennt zusammenhängt. Und wir wissen ja jetzt, wenn da Kim mitmacht, beziehungsweise wir wissen, dass Kim mitmacht, könnte das für sie gar nicht so lustig werden. Und zwar, so ließ RTL 2 durchblick, dass die beiden frisch Verliebten ausgerechnet jene prominent getrennt Staffel kommentieren, an der auch Ich bin ein Star holt mich hier raus Feinden Kim Virginia mit Ex-Lover Emanuel Weißenberger teilnimmt. Für Kim steht fest, Mike und Layla haben den prominent getrennt Job nur ihretwegen bekommen. Der einzige Grund, warum die Mäuse da sind, bin ich. Brauchen wir uns nicht in die eigene Tasche lügen. Einfach peinlich, dass sie da überhaupt zusagen und sich keine eigenen Themen aufbauen. Schießt die Trash-Diva im Netz um sich. Ups. Am 3. April ist es soweit, dann startet die dritte Staffel prominent getrennt. Und genau das ist das Thema, was ich mit euch mal kurz besprechen will. Denn auch ich kann die Panik von Kim ehrlich gesagt verstehen. Wir wissen, dass prominent getrennt schon längst abgedreht ist. Und letztendlich das dann so sein wird. Wir kennen das ja ein bisschen, dass man dann immer wieder Rückblicke sieht. Und dann werden dann verschiedene Menschen aus dem Trash-Bereich darauf reagieren. Also quasi in diesem Format und dann was dazu sagen. Und wenn natürlich Mike und Layla etwas zu dieser ganzen Trennungsgeschichte von Kim und diesem Emanuel kommentieren, das wird ihr gar nicht passen. Ich denke mal, ein Problem ist natürlich für sie auch, dass sie jetzt sagt, dass Mike und Layla den Job nur durch sie bekommen hat. Das weiß ich gar nicht unbedingt, ob das wirklich so ist. Ich glaube, Mike und Layla sind einfach aktuell, was das Trash-TV betrifft, schon begehrte Schaudarsteller aus dem ganz einfachen Grund. Layla ist auf Platz 2 geworden im Dschungel. Und allein das wird sie schon ein bisschen nach vorne katapultiert haben. Und auch Mike ist ja schon länger im Geschäft. Ich glaube, er war auch schon zweimal Dschungelbegleitung. Ist natürlich in anderen Formaten schon mit dabei gewesen. Also Mike ist jetzt auch gar nicht so unerheblich für diese Trash-Szene. Ich persönlich glaube, das ist eine persönliche Meinung, wie alles hier auf diesem Kanal. Ich persönlich glaube, dass Kim viel mehr das Problem damit hat, dass natürlich die Gefahr besteht, dass sie in einen noch schlechteren Licht gerückt wird, wenn Mike und Layla ausgerechnet ihre Ex-Partnerschaft kommentiert. Und ja, ich kann das persönlich schon verstehen, dass diese Pille ihr gar nicht schmeckt. Man muss aber auch auf der anderen Seite sagen, so läuft das Game. Und hätte sich vielleicht Kim in der Vergangenheit ein bisschen mehr zurückgehalten, müsste sie jetzt nicht Karma befürchten, dass ihr hier irgendwas um die Ohren schlägt. Denn Mike und Layla schätze ich jetzt nicht so ein, dass sie bewusst schlecht über Leute sprechen, die sie eigentlich öffentlich gar nicht angefeindet haben. Bei Kim sieht das alles ein bisschen anders aus, denn da wissen wir, dass Kim nicht einmal einen Moment durchgeatmet hat, als sie gegen Mike und Layla geschossen hat. Das könnte die Retour-Kutsche sein. Das könnte Kim gar nicht gut schmecken. Und passt auch so ein bisschen zu der kleinen Gemeinheit, die RTL ja in der Vergangenheit immer uns Zuschauern serviert hat. Ich persönlich finde das höchst unterhaltsam und sollte auch für mich persönlich nochmal ein zusätzlicher Punkt sein, auf dieses Format zu reagieren. Ich freue mich da sehr drauf. 3. April geht's los. Und ich denke mal, spätestens am 4. April habt ihr denn dann hier die Zusammenfassung auf meinem Kanal. Meine Lieben, das wird es erstmal gewesen sein. Ein kurzes Update zu Prominent Getrennt am Freitag, denn dann im großen Prominent Getrennt Livestream mehr dazu. Ansonsten sehen wir uns heute natürlich noch einmal um 14 Uhr wieder. Meine Lieben, macht es gut. Tschüss.